Drei Jugendliche sollen einen Obdachlosen im Kreislippe getötet und ihre Tat gefilmt haben. Für die Verdächtigen wurde bereits eine Untersuchungshaft angeordnet. Der Vorwurf, Mord aus Heimtücke aufgrund der Schwere der Tat gebe es keine andere Möglichkeit, so die Begründung der zuständigen Haftrichterin. Und das, obwohl die mutmaßlichen Täter erst 14 und 15 Jahre alt sind. Am Donnerstagvormittag hatte eine Passantin die Leiche eines Obdachlosen gefunden. Die Polizei Bielefeld hatte daraufhin eine Mordkommission eingerichtet und vor Ort ermittelt. Am Freitagvormittag dann die Meldung, drei Tatverdächtige festgenommen. Die drei Jugendlichen stehen im Verdacht, das Opfer mit Fäusten und Messerstichen getötet zu haben. Die beiden Älteren haben nach Auskunft der Staatsanwaltschaft Gewalt gegen den Obdachlosen eingestanden. Wie es zu der gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen ist, ist noch unklar. Zwei von ihnen sollen vor der Tat bereits polizeibekannt gewesen sein. Wir gehen davon aus, dass die Jugendlichen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zufällig auf das spätere Opfer getroffen sind. Es gibt überhaupt keine Erkenntnisse dazu, dass es eine Vorgeschichte oder Streit oder ähnliches gegeben hat. 15-jähriger Soldat gefilmt haben die Jugendlichen haben es den Ermittlern offenbar leicht gemacht, ihnen auf die Spur zu kommen. Laut Staatsanwaltschaft haben sie die Tat gefilmt und das Video verbreitet. Darauf ist offenbar zu sehen, wie ein 14- und ein 15-Jähriger auf das Opfer einschlagen. Der zweite 15-Jährige soll gefilmt und ein Messer in der Hand gehalten haben. Zeuge meldete das Video der Polizeieinzeuge, der das Video gesehen hat, hatte einen der Jugendlichen erkannt und meldete es der Polizei. Diese appelliert dringend, das Video nicht zu teilen. Die Verbreitung des Videomaterials könne eine Straftat darstellen und werde verfolgt. Die Identität des Mannes ist mittlerweile geklärt. Das vorläufige Obduktionsergebnis ergab, dass der 47-Jährige aufgrund von Messerstichen gestorben ist. Wie viele Messerstiche den Mann getroffen haben, wollte die Staatsanwaltschaft Detmold aus ermittlungstaktischen Gründen nicht veröffentlichen. In drei Schulen in Tathortnähe in unmittelbarer Nähe des Tatorts befinden sich drei Schulen. Derzeit ist noch unklar, wie viel die Schülerinnen und Schüler von der Tat mitbekommen haben oder inwiefern das Video in der Schülerschaft zirkuliert. Die Schulleitungen besprechen sich aktuell mit der Bezirksregierung und dem Schulpsychologischen Dienst des Kreises Lippe. Manche Schulen boten ihren Schülern am Freitagvormittag schon konkrete Gesprächszeiten an. Andere möchten über das Wochenende evaluieren, wie sie Schüler, Lehrer und Eltern am besten unterstützen können. Etwa 200 Menschen versammelten sich am Freitagnachmittag am Tatort, um gemeinsam dem getöteten Mann zu gedenken und sich auszutauschen. Organisiert wurde die Zusammenkunft von mehreren Gemeinden und Vereinen aus Hornbad-Meinberg. Man wolle gemeinsam ein Zeichen gegen Hass im Netz setzen, so die Organisatoren und Gefühlen, Ängsten und Sorgen Raum geben. Teilnehmende zündeten vor Ort Kerzen für das Opfer und für die Familien der mutmaßlichen Täter.